Warte mal, ich geh doch nicht runter, der am Hund gehört. Dann nehme ich jetzt lieber die Schläge hier an mich. Schlecht. Hup! Erstort nix. Haaa! Ah, gar kein Problem. Na absolut gar kein Problem mehr. Moment, Marc, komm mit. Das Safeste, was auf der Welt passieren könnte. Alter, Schwede. Ja, ein Päuschen. Na, Marc. Ich ziehe sogar meine Audio mit ein. Hast du gesehen, was passiert ist? Ne, das hab ich nicht gesehen. Ich hab nur... Ich war nur im Lurk. Ich hab das nur im Hintergrund gebraucht. Ich war da fast fertig geworden. Aber 14 Stunden hab ich selbst bei Dark Souls 3 nicht hingekriegt durchzustehen. Jawoll! Infektion besiegt! Ich war infiziert gewesen, wo ich oben eingesperrt war. Ich hab's grad so geschafft mit 10% Infektion zu heilen. Man kann infiziert sein? Ja. Ja. Dann können wir auch im Alten-Spiel. Hab ich nie geschafft. Im Alten-Spiel war es noch viel, viel schlimmer. Weil da war da was auf Side. Hier geht so eine langsame Prozents-Signal. Ah! Ja, ich erinnere mich. Alter Schwede. Da wurde ich fast auseinandergenommen. Aber muss ich sagen, da war nicht so intelligent gewesen, was ich getan hab. Aber... Das tue ich schon nie. Ich hab richtig eskaliert. Alter, was hab ich jetzt gehabt hier, wo ich hier rausgekommen bin? Überlastet, gebrochener Arm, Schürfwunde, Infektion, nass, dehydriert und hungrig. Kein Problem. Es war so blöd, mich da hinten reinzustellen und da nicht direkt wieder rauszugehen. Ich sag nicht, dass da von unten noch so ein gepanzerter Zombie hochkommt.